auch beherrschen und das dauert natürlich alle ein bisschen und deswegen tut es mir leid, dass in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel kam und ich probiere jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr zu machen jetzt fahre ich aber bald erstmal zur Nordsee und probiere natürlich jetzt ein bisschen vorzuproduzieren und ja, wir versuchen den Fürth so weit wie möglich zu kommen Fürth ist ja eigentlich ein Spielgrinder, wo man jetzt sagen könnte, also es gibt hier sowieso kein Ende gibt es auch nicht, man kann zwar bis 150 leveln, aber equipmäßig und so will man natürlich dann doch ein bisschen mehr und deswegen ist Fürth einfach das Ende offen, weil man hier alles erreicht hat ist ja in so einem MMOATB üblich und ja, deswegen gucken wir mal wie lange wir das hier machen ich drück die ganze Zeit T, ist echt mies, weil ich mal will in den 5% mehr 4% kriegen wir hier mal drauf achten jetzt auf 440 was sind das denn für 4 hier? haben sie wieder ein Event eingefügt Rampaging Dumball das ist übrigens auch Monster Instant Morning das ist ein Beitrag von Komponenten das ist ein Beitrag von Komponenten muss ich mal nachher lesen, was die hier wieder für ein Event eingefügt haben auf jeden Fall war ich Stingebeam wir haben eine Suit für uns gedroppt sehr sehr es gab damals 3 Kontinenten es war einmal Flaris ok, hier ja Flaris da befinden wir uns jetzt gerade Sand Morning das ist ähm Sand Morning ist hier ne hier nein und da geht es noch Darkon, das ist der ganze Kontinuit, das war damals der größte, Garden of Landis, der heißt jetzt Garden of Landis, aber damals gab es halt noch keine richtige deutsche Übersetzung und ja hier levelt man so bis, ich sag mal 25, kann man in Mars Dungeon leveln, dann levelt man hier 25 bis, ich glaube 40, 40 levelt man dann da und später ging es, also, was heißt später, damals ging es nur bis 120 und später bis 121 Hero, das levelt man dann in Darkon und hier ist so ein kleiner Übergang von, bis jetzt Morning bis Darkon, aber das werden wir in Let's Play natürlich alles sehen und dann haben die Entwickler ein bisschen das Spiel kaputt gemacht, meiner Meinung nach, jeder hat natürlich andere Meinung mit dem ganzen Scheiß hier, ist nämlich jetzt hier Caldera dazugekommen, Knochenpfad, wo das Level der da gedevelt hat, mein Respekt, muss ich ehrlich zugestehen, Keilung Grasland und genau diese Bahara, wüsste das, ja wie ich kann manche, auf jeden Fall gibt es hier extrem viel zu erkunden, wie wir sagen, ja jetzt leckt sie gerade, die Sache mit dem Rindvieh Event, so heißt es also, und Schnick, Schnack, Schnuck, Event haben wir wieder angefügt, 7 sind fast, schaffen wir da schon die Larwölfe, hm, gute Frage, werden wir jetzt schnell noch ein bisschen die Buffs ausnutzen, ja, wohl die wichtigsten Buffs laufen, ich habe zwei Minuten aus, deswegen sollten wir uns ein bisschen behalten, mir fällt gerade auf, wir haben gar keinen Quick, wie hieß der, boah, wie hieß der, aber auch immer Quick, hier was mit Quick, ich weiß nicht, ich habe so lange schon gar keinen, äh, Fluss mehr gespielt, auf jeden Fall werden sich jetzt bestimmt einige von euch fragen, was nimmst du denn jetzt für eine Klasse, wenn man alleine spielt, ähm, empfiehlt sich, auf jeden Fall Assist, kann ich nicht anders sagen, denn, ähm, ja Assist kann sich buffen, wie ich gerade gesagt habe, spielt er dann den Bill Booster, weil er einfach Premium alleine leveln kann, bin aber am überlegen, weil ich wollte eigentlich mal wieder ein Blade spielen, dass wir uns dann, das wir uns dann doch für ein Blade entscheiden, aber wir gucken mal, 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 das wird auch noch eine Weile dauern, das kann ich euch sagen, Perfeklinik, Shadow Ride, wir gucken mal, das will Level 15, das dauert auf jeden Fall eine Weile, vielleicht werde ich auch einiges auf-screen machen, werden wir mal gucken, und ja, die hauen uns schon, das sieht man, Und wenn wir Full-SDR gehen, trägst es natürlich nicht dazu bei, dass wir noch mehr aushalten. Und ja, da das Grinten sein am Schluss ein bisschen langweilig ist, habe ich mir gedacht, nutze ich die Zeit auch ein bisschen über aktuelle Themen zu reden. Ich habe hier mein schniekes iPhone liegen. Ja, ich habe ein iPhone. Tut mir leid, die Leute, die Apple haten, kann ich leider nicht machen. Aber als Informatiker weiß man halt auch einfach, was gut ist. Da kann man deswegen auch ein iPhone kaufen, auch wenn es manche nicht so gerne sehen. So, das wird jetzt auch das letzte Monster sein, was wir ohne was, beziehungsweise eher jetzt ohne was, haste läuft noch ein bisschen. Und zwar werde ich dann immer über die neuesten Themen reden. Oh, 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 Kollege. Oh, das war knapp, was so rund um die Welt passiert. So, was haben wir da, an welches Level sind? Für kommen wir schon die Ecken, aber natürlich nicht. Ja, was Besseres haben wir auch gerade gar nicht. Dann lass uns hier buffen. Das ist übrigens der Anfängerhelfer. Hier könnt ihr auch auf Buff-Event gehen und durch kostenlose Waffen machen. Hier sind jetzt diese roten Viecher Rampaging Dumpball. Das sind übrigens Event-Monster, bei denen macht ihr immer nur ein Damage. Ihr könnt auch das beste Equipment vom ganzen Server haben. Ihr macht sowieso immer nur ein Damage. Übrigens, Leute, wenn ihr mich adden wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ihr seht meinen Namen, Heicsun. Wenn ich online bin, oder schreibt mir einfach eine Nachricht, könnt ihr natürlich auch gerne schreiben in den Postfach. Würde ich mich immer sehr darüber freuen, würde ich am Anfang der, ähm, des Dingens, am Anfang der Folge des Dingens natürlich vorlesen. So, jetzt sind wir runtergesprungen. Das sind nämlich die Small Dory Domas. Die sind Level 11. So, ähm. Ich mach mal eben mein iPhone hier anmachen. Dann gucken wir mal, was es alles Neues gibt auf der Welt. Und, ähm, wir werden da mal ein bisschen drüber reden, würde ich sagen, Freunde. Heute ist, äh, Sonntag. Und was sind's? Was ist heute? Heute sind nämlich die Europawahlen, meine Freunde. Können wir uns mal den Shout-Ammachen. Was ist so verkauft? Kann man sich eben bei Kompens-Gügel. Na, ich bin ein bisschen inkompetent hier. So. Ein bisschen die, äh, ein bisschen die Preise. Ist klar, was gerade. Ähm. Die Preise will ich gucken. Rass uns, weil ich hab echt lange nicht mehr gespielt. Um zu gucken hier, wieso die Preise alle sind. Da, Asi. Bloody. Stick. 2 Milliarden. Inflation lässt auf jeden Fall grüßen. Mal droppen die Fiecher. Fliegt ja nix. Oder was ist da los? Ja, wir gehen auf jeden Fall im Laufe des Missplay natürlich auch noch in den, auf den Marktplatz und dann können wir uns da auch noch angucken. Was das alles gekostet. Auf jeden Fall ist heute die Europawahl, Freunde. Und, ähm, ja, dazu sage ich nicht meine Meinung, weil das sind, ähm, politische Themen. Und da möchte ich mich schick draushalten. Ich kann auf jeden Fall für meinen Fall sagen, dass ich heute wählen war und, ähm, ich empfehle auf jeden Fall jedem es zu tun. Und, ähm, auch wenn das, ähm, Video schon nach der Europawahl erst kommt, ähm, ich empfehle es trotzdem jedem. Denn, ähm, hinterher seid ihr, beziehungsweise nicht alle von euch, aber die meisten, nachher wieder am Meckern, dass irgendwelche Leute die Wahl gewonnen haben, von denen ihr gar nicht wolltet, dass sie sie gewinnen. Aber da ihr das natürlich, da ihr nicht gewählt habt, könnt ihr natürlich am Ende auch nicht meckern. So, so sehe ich das. Ich gucke mir mal gerade an, ähm, das könnte ich ja wohl mal eben machen. Wer hier gerade vorne ist, in den Wahlen, das würde mich mal selber interessieren. Ähm, die Euro, ähm, die Französische Wahl ist ein bisschen kistisch nicht gerade so. Ähm, irgendwie finde ich das gar nicht. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht abkratze, weil ich nicht so richtig rockerze, wenn ich hier nochmal neu gelockt habe. So, ähm, der E-Suber auch nicht. Naja, wir wenden uns dann halt erstmal an anderen Themen. Ich denke mal, ihr habt das eh verfolgt und, ähm, ja, bis dahin habt ihr das eh schon. Ähm, die Ergebnisse gesehen, also, so ist es nicht. So, gucken wir mal weiter. Obwohl so ein Jojo-Junster hätte eigentlich auch was. Also, ich würde nicht nein sagen zum Jojo-Junster. Guck mal was. So, bla bla bla. Ähm, ja, gestern, äh, hat Real Madrid gewonnen. Wer das Spiel gesehen hat, gestern war Champions League. Also, es ist fast ausgelaufen. Okay, okay. Real Madrid gegen Atletico Madrid, und zwar war ja gestern das Champions League Finale, das Real mit 4 zu 1 gegen Atletico Madrid, in Lissabon gewann. Und, ähm, ja, von meiner Seite aus.